Man muss schon ein bisschen fit sein, um das Fußballmuseum in Springe zu besuchen. Immerhin gilt es, 55 Stufen bis ins Dachgeschoss der ehemaligen Schule in der Bahnhofstraße in Springe zu erklimmen. Dort ist das Museum untergebracht. Aber diese kleine Anstrengung lohnt sich. Was Sie gleich hinter dieser Tür sehen, wird Ihr Fußballherz höher schlagen lassen. Auf über 200 Quadratmeter Ausstellungsfläche werden Fußballdevotionalien aus der ganzen Welt präsentiert. In den ersten Räumen sind über 1000 Wimpel, 350 Schals und mehr als 400 Trikots von Vereinen und Nationalmannschaften aus der ganzen Welt zu sehen. Aber wie sind all die Ausstellungsstücke überhaupt zusammengekommen? Wir hatten hier in Springe einen verrückten Sammler, Peter Saloga, deshalb unser Name, Sportsammlung Saloga. Der hat über 40 Jahre lang alles gesammelt, was mit Fußball und Sport zu tun hat. War beruflich zur See gefahren, ist also auch viel rumgekommen, hat selbst immer Dinge mitgebracht, als Fan gesammelt. Und dann kam der Tag, als der Sammler aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Haus ausziehen musste. Die Frage war, was macht man? Wir sind von der Stadt Springe angesprochen worden. Könnten wir nicht so etwas wie einen Museumsverein gründen? Ja, und dann haben wir diesen Verein gegründet. Wir sind also jetzt ein e.V. und haben dafür gesorgt, dass diese Fan-Utensilien nicht verloren gehen. Neben vielen Gegenständen aus dem englischen Fußball, Saloga war Liverpool-Fan, nimmt Hannover 96 einen großen Platz im Museum ein. Die sogenannte Hannover 96-Pilgerstätte, hier ist ja auch ein großes Schild eingerichtet. Es gibt ein Buch über Hannover 96 und da wurden wir hier erwähnt von dem Autoren, dass das hier eine 96-Pilgerstätte sei, weil es eben so viele Fanartikel über 96 hier gibt. Martin Kind war auch schon mehrere Male hier, hat uns immer wieder gelobt, sieht uns eigentlich als gutes Beispiel für ein eigenes Hannover 96-Museum, was vielleicht demnächst irgendwann mal kommt. Ein paar Originalhandschuhe des verstorbenen 96-Torwarts Robert Enke haben einen Ehrenplatz. Als Hommage an das alte Niedersachsenstadion wurde eine kleine Sitzreihe mit Originalstühlen aus der alten Arena aufgebaut. Auch Erinnerungen an die WM-Jahre 54, 74 und 90 finden sich hier. Besonders stolz ist der Museumschef auf den Raum, in dem an das Sommermärchen WM 2006 in Deutschland erinnert wird. Wir haben uns als Museum überlegt, wie können wir das dokumentieren, was können wir aufbewahren und sind dann auf die Idee gekommen, ja wir dokumentieren einfach die Mannschaften, die in Niedersachsen gewohnt haben. Das war also Trinidad in Tobago, Angola, Frankreich, Mexiko und Polen. Ein Raum ist der Geschichte des Frauenfußballs gewidmet. Frauen wollten Fußball spielen, als die Weltmeisterschaft 1954 war. Sie haben angefangen zu spielen, das Präsidium des Deutschen Fußballbundes hat es verboten. 1955 ist der Frauenfußball verboten worden, er ist 1970 wieder erlaubt worden. So borniert, sage ich jetzt mal, waren die Männer damals. Sehr glücklich ist der Museumsgründer, dass er bereits früh Kontakt zu der Bundesligaschiedsrichterin Bibiana Steinhaus hergestellt hat. Dies ist ein Trikot, was sie mal getragen hat, mit immer Originalautogramme. Was ihr seht hier sind Originalautogramme, also ihre Autogramme. Dieses Trikot hat sie uns besorgt von der Fußball-Europameisterschaft 2013 mit den Unterschriften aller Schiedsrichterinnen. Aber es geht den Museumsbetreibern nicht nur um das Bewahren des Besonderen, sondern sie veranstalten auch immer wieder Aktionen mit Jugendlichen. Hier zum Beispiel jetzt Bilder, die bildungsbenachteiligte Jugendliche gezeichnet haben, zusammen mit Gymnasiasten und Studierenden. Das Thema war einfach, welche Werte kann der Fußball transportieren, welche Werte sind uns wichtig als Gesellschaft. Und dann sind eben solche Themen rausgekommen wie Frieden, Freiheit, Freundschaft, Solidarität und das Ganze wurde eben künstlerisch umgesetzt. Geöffnet ist das Museum jeden Freitag von 15 bis 17.30 Uhr. Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.